Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex. Wie immer hier und unsere Vermutungen sind tatsächlich endlich eingetroffen und zwar kann man jetzt auch ohne Season Pass The Giant zocken. Falls ihr es noch nicht wusstet, nur mit Season Pass hat man früher The Giant bekommen und jetzt ist das für alle Plattformen verfügbar, dass man The Giant einzeln kaufen kann. Heißt also auf PC, PS4, PS3 sogar, Xbox One und Xbox 360 könnt ihr euch jetzt The Giant für 5,99€ holen. Ich bin mir sicher, den ein oder anderen wird das ziemlich freuen. Und dazu noch eine kurze Nachricht und zwar bekommen wir auf den Next Gen Plattformen, also Xbox One, PS4 und ich glaube auch PC aktuell Diviniums für den halben Preis. Also falls ihr da draußen ein paar Divinium Openings machen möchtet, dann ist jetzt die beste Zeit. Denn aktuell kriegen wir 9 Diviniums für 300 COD Punkte. Ich selbst habe hier gerade im Gameplay nochmal so ein kleines Pack Opening gemacht für 10€, also für regulär Preis 20€. Und was glaubt ihr, war extra süchtig dabei? Natürlich nicht. Ich hoffe mal für euch, da habt ihr deutlich mehr Glück als ich, weil so ziemlich jeder zieht mittlerweile extra süchtig, nur ich natürlich nicht. Aber Leute, ich würde mal sagen, das war es von diesem kurzen Infovideo. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, vergesst natürlich nicht das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten und schreibt mal gerne in die Kommentare, möchtet ihr ebenfalls ein PS3 Gameplay von The Giant von mir sehen? Denn das letzte Gameplay kam ja sehr, sehr gut an zu dem aktuellen Zeitpunkt, als ich dieses Video hier aufnehme. Haben wir schon über 2300 Likes auf dem Shadows of Evil PS3 Gameplay. Also schreibt mal in die Kommentare rein, möchtet ihr von mir The Giant auf der PS3 sehen in dem Gameplay? Aber Leute, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß beim Zocken, viel, viel Glück beim Pack Opening von den Diviniums. Und dann sehen wir uns hier demnächst wieder.